Das ist ein Kurztag vom Job, oder was? Das muss auch wieder gespart machen. Ja, dann habe ich schon. Mit diesem Leben möchte ich ein Riesen-Danke schön aufsprechen. An alle, die mitgeholfen haben, hier dieses Fest zu organisieren. Wir haben einen super Job gemacht. Schön, dass wir hier sein dürfen heute Abend. Danke an Jens Vollmer, der immer viel mitmacht mit uns. Mit Zusagen, Absagen und so weiter. Und überhaupt nicht zuhören. Nein, er schämt sich. Das war total meine Schuld. Er schämt sich, er schämt sich. Für was? Wir müssen entweder noch nix oder noch nix und schreien. Das ist wirklich gut. Nein, vielen Dank, wie gesagt, an alle. Schön, dass ihr da seid. Ein Applaus für euch. Ein Applaus für euch. Ein Applaus für euch. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018